Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Ich bin Biba Butzemann und mit mir nimmt auf der Silex. Wir spielen Overwatch und äh... Jetzt weiß ich was ich sagen wollte. Keine Ahnung, B. Ich hab ganz viel Hunger. Ich hatte heute Morgen überhaupt keinen Appetit. Das war voll schlimm. Hatta, 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 oh Gott. Hab ich mir Wurst genommen und die hab ich dann auch nicht, also schon, aber das war nicht genug. Oh Gott, das Willen. Okay, doch nicht abholen. Hatta, hatta. He los, oh Gott. Tschüss. Bin ich jetzt seit, hab ich hier los sein. Ja, ich weiß aber, das war jetzt too much. Too much of the healing. Just try, you will never do damage. Ah. Ah. Goddammit. Ich muss sie vielleicht schon Ulti haben. Ja, hab ich schon, ja. Danke dafür. Nö, einfach nö. Baaah. Ah, eben nicht, äh. Ist weg, man. Der Turret. Oh, wir haben Turret, jawohl. Nö. Mach keinen Schaden, nö. Alter, ich bin richtig am Feuer grad, leckig am Arsch. können jetzt mal rein nicht ja wohl auch gott man hört das ist ein ende mit der hat das ist ja noch gar keiner von euch was macht hier ja richtig was machst du als ob ich der einzige bin der vorgelaufen ist ja okay erst mal den beat droppen jawohl dank schön und ein kampfanzug ist bereit sind es halt schon abgelaufen da muss liegen rumstehen lassen und wenn er gefühlt war der jank wird nervt mich rito er muss ich haben ja wohl kommen von zu soja über der ist von schnitt und waren test mit sehr gut bewertet mehr funktioniert da kommt das ist juli von dem naja diese gegen verkehr genau der reifen da er mit verbrachten die stehen mega die da hinten die wölle jawohl droppte bürg ich bin soliden bürg haben waren zu ehren katapult aus das sind die eigentlich bieb 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 der skin ist cool ja der skin ist wirklich super den hätte ich auch gerne ja da haben wir die mal rasiert ne ja also herzlich willkommen zu einer neuen folge zilex und bieber wutzelmann hauen alle weg ja genau da guck mal ich fand nicht gut alles klar vielen dank fürs zu sehen bis zum nächsten mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge Overwatch mit dem Silex und dem Biba Butzemann. Wir spielen wieder Tempel of Anubis und dieses mal als Verteidiger. So dann gehen wir mal rasieren so wie eben. Genau, habe ich ja morgen nicht gemacht übrigens, weil ich mal erwähnt habe. Ich auch nicht, ich glaube es ist halt auch mit drei Tagebad rum. Peng, 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 Peng. Peng auch live und so. Abitur live. Ja genau. Ich lebe voll das Abitur live. Abitur, alright. Genug vom Abitur live. Ja, kann ich verstehen. Oh Gott, hab ich verklickt. Alter. Jawohl. Alter, die Russentante, die heilte die ganze Zeit. Die ist unterbrochen am geheilt werden sein. War. Alter, ich werde jetzt den Reset. Die ist geheilt geworden. War. Q-Tour 3. Was? Nein. Äh. Ich hab's übrigens noch nicht so mit Reaper. Bin noch nicht so oft gespielt. Alter, ich bin die schon wieder nur am heilen, ne? Das ist der Wahnsinn. War gut. Ja. Das ist quasi ein unsterblicher Tank. Das ist echt ein unsterblicher Tank. Die hat voll viel Leben und wird die ganze Zeit auch noch dazu geheilt und dies und das. Und jetzt bin ich gepackt, jetzt bin ich tot. Oh Gott. Nein! Oh. Okay, das war jetzt too deep. Ich glaub, der in Rheinland hat er entdeckt, oder? Ich glaub, der in Rheinland hat er entdeckt. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich hieb schon wieder. Ich hieb nämlich immer Ärger, wenn ich singe. Stimmt, dann kriegst du immer Droh-E-Mails von Matti. Ja. Der ist nämlich hier bei uns engagiert. Matti den. Matti den, genau. Der ist halt krass, muss man wissen. Boah, weißt du, dann bin ich tot und dann sterben sie alle. Was? Was? Ich hab' nicht gemerkt, dass die Farah geholtet hat. Ach, Mensch. Aber eigentlich sterben wir nicht. So ist krass. Oh, lol. Mami. Kannst du mich abholen? Nein. Okay, los. Gova. Ah, der Reaper von den Flank, glaub ich. Wusch. Boah. Ah, soldier. Pick dich. Wow. Wuh. Wuh. Ich bin immer auf, wenn ihr alle zu sterben würde. Danke. Einmal aufwischen den Gang rein. Von wo? Ach, da. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Oh Mann, ich muss die. Bedammt. Gesundheit. Oh, ich hab' fast die Tracer. Die ist fast tot. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ist das ein Farah? Ja, das ist ein Farah. Oh Gott. Fick dich. Räder. Ja, ich bin tot. Oh Mann. Oh Mann. Dann können wir respawnen, danke. Oh lol. Was passiert? Das wirst du in der Aufnahme sehen, ich zeig dir das gleich. Ich bin einfach mit Reeper so hochteleportiert, denkt mir so nichts und auf einmal hörst du nur so... Der Ryan hat dadurch einfach mit einem Schlag weggehauen. Das hat sich so mega lustig angehört, das glaubst du gar nicht. Da hab ich hier mal gespannt. Gespänt bin ich da. Justice! Dustin? Ja. Justin! Was, was, was? Ich will jetzt mal overgressive. Warte. Wollte da eigentlich einfach mal overgressive reinlaufen und ulten. Was? You did, mate. Was? Your life, mate. Okay. Ähm, ja. No problem for mercy. Äh, ach man. Ich drücke immer shift. Shift us. Oh, da ist wieder jemand tot. Oh, yo, 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 yo. Da, 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 da. She's the mania for... Ah, hier ist der Reinhard. Mania for the dead. Nein. Ich hab zu spät schickt. Wow. Och, man, die kacke. Oh, fuck. Ich will's holten. Gott, irgendwer ist tot. Wo? Hab ich's doch geschafft oder hab ich grad mal ne Ulti gewastet? Hallo, Tracer. Lol. So, ich hab ungefähr eine halbe Sekunde zu spät meine, ähm, meine Ulti gemacht und dann ging die halt raus. Aber ist halt irgendwann wieder belohnt worden. Hick dich! Du hast noch eine Heidung bekommen, was willst du denn, Kollege? Bam, Junge! Ratz ihm mal die Butter aus den Schuhen und dann mach weiter. Oh Gott, da ist Tracer. Och, der hat mich wohl irgendwas... Jawohl, Junge, hab ich grade rasiert. Rrrr-siertus. Fuck you! Highlight Day, Junge. Wunder der Moderne Medizin. Das war doof. In der englischen Ausgabe spricht die zwar auch Deutsch, aber da ist das ja nicht mehr dieser schöne Schweizerische Akzent. Echt nicht? Ne, da ist das eine Hamburgerin, die die vertont. Loll? Naja, das ist nicht so cool, finde ich. Wunder der Moderne Medizin, ja. Was. Dreck dich! Auch honour der Moderne. Mhm, es ist nearer. Woah, Junge! Ich schaue jetzig. Oh, Peck dich Definitely! Gut. Wunder der Moderne, so committee Edgar! Ohío... Gut, wäre eine Medizin 이러ß nicht? Boah, Junge! mit der hallo das wolf ist war ich oder wieder dieses dieses minus ein wieder ne alter das habe ich verdient dass ich niemals gestorben bin wie noch ein oh mein gott oh mein gott erst mal anzuwiderheilen dann frequency jetzt nicht mehr sind irgendwie ziemlich deep so stellen uns nicht einfach hinten rein weiß ich nicht weil angriff lustiger ist als nicht angreifen nein ich wollte gerade schiff drücken minus das problem ist eine sekunde zu spät gestorben okay das ist schlimm ich gehe mal wieder flecken muss das sein hier muss ja irgendwas gestorben ich weiß aber nicht wo ja nicht hat mich entdeckt wir sind aufgeflogen hallo reinhard jetzt reichs adler was da habe ich da gekriegt was dabei ist die tracer oh man gekühlt ja das haben wir das team team schlechthin ja auf jeden fall da hat mich mal weg weg können verzichte danke für das angebot nein heilus danke mein bester kunde und das war's highlight play bei biba wutzelmann auch man ich habe trüppel kill und noch den reinhard danach anseln weg gemacht ich finde das war besser okay beweist mir dass das okay wir waren nicht schlecht das sahen heiß aus das okay ja okay ja gut war auch gut und ich fand dich 45 prozent des team chance egal alles klar vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal bis 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 bis